Hallo und willkommen zu Darius Tabletop und heute möchte ich noch ein kurzes Video machen. Und zwar habe ich meine Stuck bemalt. Ich habe dir einen neuen Anstrich gegeben, davor sah die ganz gut aus. Hatte so ein bisschen einen Tarnanstrich, so mit beige, grün und braun. Aber die Sachen sahen sehr einfarbig aus und nichts hat da so richtig rausgestochen. Und dann habe ich sozusagen online irgendwie ein Camo gesehen oder ein Muster für einen Kugelblitz. Ich glaube ein Kugelblitz ist auf dem Panzer IV Chassis und hat dann zwei schwere Autocannons. Und er hatte ungefähr so dieses Muster mit diesem grün, rotbraun und mit diesem beige. So wie man das hier sehen kann auf dieser Seite. Und dann habe ich gedacht, ich mache das jetzt. Und ich habe die Stuck dann so eingefärbt und hat mir ganz gut gefallen. Und hier und da noch so ein paar, wie sagt man hier, sieht man es ein bisschen mit Soft-Tone. So diese Streaks oder diese Tropfen, die nach unten gehen. Also diese Verschmutzungen, die sich da ansammeln. Und dann sah der Panzer echt ganz toll aus. Aber so richtig kam nicht die ganze Farbe oder nicht die ganze Pracht dabei raus. Und dann habe ich gestern einen Panzer IV angemalt im Winter Camo und der sah richtig toll aus. Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Vielleicht probiere ich das hier auch. Und ich habe mir dann so ein Stück von dem Schwamm geschnappt. Und das sozusagen dann in Army Painter weiß. Das hat eine schöne Konsistenz. Und dann ganz vorsichtig sozusagen auf die Ecken und Enden auch so ein bisschen aufgetragen, dass es ja so ein bisschen auch asymmetrisch aussieht. Hier zum Beispiel ein bisschen mehr Schnee im vorderen Bereich. Ich nehme an, wenn der fährt, bläst hier, sage ich mal, den Schnee von vorne nach hinten. Deswegen hinten eher ein bisschen weniger. Aber oben sollte der stehen bleiben, sammelt der ein bisschen Schnee an. Oder der gefriert eventuell auch auf dem Metall. Und ja, insgesamt ziemlich cooler Job. Und ich wollte das posten als Inspiration. Vielleicht gefällt euch ja das Muster. Oder vielleicht seid ihr ja auch irgendwie heiß auf so Winter Camo. Und ja, auf jeden Fall probiert es mal aus. See ya.